Gott, das ist doch alles. Das ist, warte mal, ich mach mal hier kurz erstmal diese komischen, braunen Sachen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss, ich muss zu den Herrn Fassbier, dass sie Ihnen alles zeigen. Das ist, das ist strange. Oh Mann. Warte mal, ist er bei, ist er oben bei seiner Hütte? Bei seinem Palast? Wo ist er unten? Ich gehe hoch zu seinem Palast, vielleicht steht er da. Jetzt nur noch Schnecho. Aber eins muss ich Ihnen schon mal sagen, da muss ich den Nixier in der Treppe bauen. Also, dieses hohe Schampe, das ist nicht gut. Besonders ich werde wieder ungerlich. Außerdem, warte mal, wir haben Hunger, ich kann, da muss ich Ihnen clever sein. Herr Fassbier! Hallo? Ich drehe mal hier ein. Herr Fassbier? Hallo, Herr Fassbier? Er ist nicht im Haus, okay. Herr Fassbier, hallo? Sind Sie irgendwo? Ah, Herr Fassbier, hallo? Oh, hi! Hallo! Saatrun! Oder, richtig? Ja, Saatrun, Saatrun. Herr Fassbier, ich habe eine Rüstung. Guck mal, sieht nicht cool aus. Cool. Sehr gut. Frisch poliert. Ja. Guck mal aus, das Mehlchen. Noch ein bisschen warm, fast. Ah, okay. Ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Herr Fassbier, erst mal, ich bin hier herumgewandert, ich habe mich ein bisschen hier umgeguckt und habe was komisches entdeckt und das wollte ich Ihnen mal zeigen. Okay. Außerdem, haben Sie meine Äpfel aus der Truhe mitgenommen? Was? Haben Sie Äpfel aus meiner Truhe mitgenommen? Ich... Ich habe vorhin nachgeguckt. Äpfel? Ja. Aus Ihrer Truhe? Ich doch nicht. Nein, haben Sie wirklich... Okay. Ich habe vielleicht Äpfel aus meiner Truhe genommen. Okay. Weil das ist ja mein Land, aber wissen Sie was, wir kriegen die Äpfel wieder. Ach, ich danke, ich danke. Ich dachte mir so, ja, guck mal, das... Nee, ich habe das Problem, Herr Fassbier, ich habe nichts mehr zu essen gehabt. Ich habe... Ach so, wo ist das? Wir mussten hier schon Bärmbüsche und so weiter sammeln. Ja, gucken Sie, was hier sind auch hier. Ja, das hat... Ich sehe es, ich sehe es. Aber jetzt habe ich erst mal Äpfel, habe noch meinen eigenen Cookie. Ja. Naja, äh... Nee, tut mir leid, aber ich dachte mir, gut, ich habe jetzt selbst... Nein, nein, ich war nur verwundert. Ich wollte jetzt nichts Böses sagen uns weiter. Ich war nur leicht verwundert gewesen, Herr Fassbier. Ja, kann ich ja verstehen. Äh, kommen Sie jetzt mal mit. Ich habe irgendwas... Ich habe wirklich was komisches entdeckt. Ja, warten Sie, lassen Sie mich mal kurz mein Inventar leermachen. Natürlich, natürlich. Wir haben ja ein bisschen... Ich habe gerade eben nämlich eine sehr seltene Hexical Assence gefarmen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist so eine... Wirklich ein sehr, sehr starkes... Sehr, sehr starkes Item. Was auch wirklich ziemlich selten ist. Ah, und hier Ihr Buch übrigens. Ich denke, das... Ich danke Ihnen, ich danke Ihnen. Ja. Ich glaube, mein Hund hier ist, oder? Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Ich habe... Warten Sie, ich muss noch ein Schwert machen, es geht fast kaputt. Okay. Und ich habe meine tolle Schmiedkunst gelernt. Und guck mal hier. Ich darf doch hier mal kurz einen Bären nehmen, oder? Nehmen Sie sich. Warte. Ich danke Ihnen. Hier warten Sie. Da. Danke, danke. Kein Problem. Okay, wir können los. So. Und zwar, ich habe mich ein bisschen an der Küste mal ein bisschen umgeguckt. Okay. Ich habe auch, Sie werden es nicht glauben, ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich Stimmen im Kopf höre. Die muss ich das erzählen. Ne, das hört sich jetzt ganz crazy an, aber die gucken irgendwas. Mir ist ein bisschen so was, als ich an der Küste entlang gegangen bin, Herr Fassbier, ist mir ein bisschen was so über den Kopf gegangen. Ich kann mich ein bisschen erinnern. Ich komme mal irgendwie aus einer Welt, wo es Internet und so weiter gibt. Ich glaube, das kennen Sie nicht. Was für ein Wort? Internet und irgendwas komisches. Inter-Internet? Ja, und Fernseher und so. Egal, ich glaube, damit möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich habe das so das Gefühl, dass da Leute meine Abenteuer... Warten Sie mal, das heißt, das möchte ich gerne mitnehmen. Achso, dass Leute meinen Abenteuer zugucken. Und da habe ich ein bisschen herum erzählt, habe erzählt so, was das hier für eine Welt ist, dass es so teilweise identisch ist, was ich damals erlebt haben sollte, keine Ahnung. Und... Warten Sie noch mal, das Wort heißt Internet. Internet, ja. In-In-Terra-Net. Internet. Ich finde das irgendwie, keine Ahnung. Wie gesagt, das kommt mir auch dann vor, aber das ist so etwas, was in meinen Kopf rein war. Okay. Aber jetzt hier, ich bin hier hinten zum, äh, herumgegangen und bin dann hier irgendwo... Hier, warte mal. Ich bin, ich bin nicht verrückt. Hier, hier ist so... Ja, Gott! Oh, Gott! Was ist... Ja, das hier, das... Das ist das. Das... Was soll das hier sein? Keine Ahnung, keine Ahnung, kommen Sie rein. Ich bin nicht gefähr... Doch, das ist gefährlich. Herr Fassbier, Herr Fassbier, kommen Sie. Ja. Nein, aber... Also, ich bin auch komplett verblüfft, was das hier ist. Hey, das ist ja Redstone. Okay. Aber ich finde, ich... Nein, das ist das Komische. Ich bin hier... Ja. Ich bin hier erschienen, nachdem ich durch ein andere... Kommen Sie, kommen Sie doch mal bitte hoch, Herr Fassbier. Ja, das gucken wir uns gleich an. Wir müssen nur mal vorsorgen, ja? Vorsorgen. Du musst einfach der Erste sein. Verstehe. Wissen Sie? Hier, das ist... Ja, die Tür gucken wir uns gleich an. Das ist eine schöne Tür, aber ich möchte das ehrlich sein. So. Okay, was ist jetzt hier so los? Herr Fassbier, ich bin durch diese Tür gegangen, bin hier erschienen. Ich komme... Das ist... Das ist eine Tür, die führt zu einem anderen Ort. Das ist sehr, sehr komisch. Kommen Sie mal. Sehen Sie? Herr Fassbier? Ja. Hallo? Ich spreche einfach der Er. Hallo? Äh, hallo? Sind Sie... Ich sehe Sie nicht. Wo sind wir? Ah, hier sind Sie. Ja, das ist hier der Ort... Wo sind wir hier? Das ist eine Insel an der Küste. Was haben Sie getan? Das ist eine Insel an der Küste. Nein, Herr Fassbier, Herr Fassbier. Ja. Hier bin ich... Ich muss dich verrufen. Da hinten, von dort kommen wir irgendwie. Von da? Von da sind wir alle durch die Tür gegangen. Ja, das ist das ganz komische. Das ist außerdem... Hä? Okay. Ja, das ist komisch. Haben Sie so eine Technologie hier schon gesehen? Ich habe die, um ehrlich zu sein, noch nicht benutzt, ne. Okay. Aber hier. Ich habe das Piratenschiff entdeckt. Außerdem kommt mir dieser Ort auch teilweise bekannt vor. Ja. Hier hat wohl mal jemand gewohnt oder so. Ja. Das ist ganz komisch. Was ist denn das hier? Die zweite... Das ist... Das ist ein... Crack-Sand. Crack-Sand. Okay. Ja, und weiter. Ich wollte... Warte mal, Piratenschiff? Ja. Ich habe doch schon zwei Piraten töten müssen. Ach, da sind noch welche drauf. Ja. Und die machen wir fern. Ja, zum Beispiel. Wupp. Hallo. Ja, Pirat. Das hat Gold gegeben. Und hier geht's rein. Warte mal. Wow, hier ist ein Eisemblock. Wenn sie da oben nicht klarkommt, kommt sie einfach zu mir. Ja, ich bin hier gerade mal dabei, die auszubeuten. Keine Sorge. Ich will ja auch so oder so. Ich war jetzt nicht sicher. Ich wollte Ihnen das auch hier erst mal zeigen. Ja, das sieht es aus. Das sind auch Küsten. Ja, die habe ich leer gemacht. Die haben sich schon... Achso. Und das waren ja jetzt nicht so schwere Piraten. Ja, aber mich macht eher so fertig, was das für ein Ort ist und wie man hierher gekommen ist. Oh, keine Ahnung, ich werde das untersuchen. Und Sie werden das? Okay. Ja, ich werde das untersuchen. Aber... Ah, mein Kopf, aber... Alles gut bei Ihnen? Dieser Ort, der kommt mir teilweise so bekannt vor. Vielleicht... Verbinden Sie es dann nur mit irgendeinem Ereignis oder sowas im Schlechten und weil der Ort sieht das auch nicht so toll aus. Ich glaube auch. Vielleicht sollten wir mal lieber wieder gehen, also auf irgendwo... Ich komme sofort hinterher. Ja, fast wir... Okay, dann... Wir sehen uns auf der anderen Seite, ne? Okay. Gut, dann bis später. Jo. Okay. Was? Das wird nichts nützen. Gott. Was ist das? Was ist das für ein... Warte mal. Ach, und Zartron? Ja, ja. Zartron? Ich wollte nur noch Bescheid sagen. Falls Sie irgendwie mal Hilfe bräuchten oder sowas. Dann kommen Sie einfach zu mir und sagen Bescheid und erklären wir das, ja? Okay, okay. Ja. Gut. Okay. Ich verlasse dann die Insel. Ja. Bis später. Jo, bis später. Sie sollten sich beilen, die Sonne geht unter. Ach, stimmt. Ja. 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 Das wird nichts nützen. Das ist ein Starkwürste. Oder was ist das doch... Warte. Leute, ich bin... Ich bin persönlich verwirrt. Was ist das hier alles? Ich werde doch nicht verrückt. Das wird nichts nützen. Das ist... Nee. Das ist... Ich glaube, Leute, ich gehe nach Hause. Ich werde... Ach du jemals. Ich werde erst mal ein paar Sachen bauen, vielleicht. So ein paar Öfen. Und wir hoffen... Ich hoffe, dass ich euch... Nee. Das ist doch... Warte. Wartet. Ich packe noch die Büsche schnell hin. Dann habe ich hier auch ein bisschen mehr Essen. Das wird nichts nützen, steht darauf. Nee. Das wird dann nichts nützen. Leute, ich glaube... Wir sehen uns... ...dennächst wieder. Ich... Ich muss ein bisschen nachdenken. Besonders wegen... ...diesen Stein. Wir sehen uns und nicht auf dem Thema. Untertitelung des ZDF, 2020